Seit tausenden von Jahren würzen Asiaten, Inder und Afrikaner ihre Speisen mit unfassbar scharfen Chili. Je schärfer, desto besser. Wir in Europa können diesen Hang zu extremer Schärfe nur schwer nachvollziehen und haben damit Probleme. Der Grund für unsere Nachbarn, sich das Essen mit Chili anzureichern, liegt allerdings nicht an der puren Schärfe. Was sie eigentlich wollen? Den fantastischen Geschmack. Die Schärfe selbst ist nur ein Nebenprodukt. Du willst auch den unwiderstehlichen Geschmack von Chili, kannst auf die extreme Schärfe aber gerne verzichten? Hier die Lösung. Unseren verrückten Wissenschaftlern ist es nun gelungen, den vollen Geschmack der Chili-Schote zu extrahieren. Mit nur sehr milder Restschärfe und alles aus natürlichen Zutaten. Aufs Brot, in die Suppe, als Marinade, zum Käse, in Soßen, auf Tiefkühlprodukte, als Dressing, zu Küchenexperimenten und nicht in die Augen. Jetzt kannst du endlich genauso geschmackvoll wie Asiaten, Inder und Afrikaner speisen, auch wenn du keine extreme Schärfe magst. Full time! No pain! SWISS TXT Vielen Dank.